Der Tag des Kampfsport-Weltturniers ist schließlich gekommen. Nun haben Sengoku und Krillin die Gelegenheit, ihr im Training erlangtes Köln auf die Probe zu stellen. Sengoku trifft Bulma, Pul, Oolong und Yamshubida. Letztere hat allein in den Bergen trainiert. Mutenroshi gibt seinen Schülern spezielle Uniformen, um zu zeigen, dass sie zur Schildkrötenschule gehören. Die Jungs sind bereit für das Turnier. Die Jungs werden bald beginnen. Wir sollten alle in die Seite gehen. Das ist müde. Frischfleisch. Die Jungs werden bald beginnen. Es sieht aus, dass es das größte Turn-Out, die wir in den Jahren hatten. Aber nur die 16 bestellen von euch haben eine Chance zu gewinnen. Seitdem der Rückträmpion, Herr Satan, wird automatisch werden gewinnen. Wie, der sich immer durchmogelt, ey. Oh. Lassen wir es doch in Gokur kurz. Meine Nachbarn lauschen mit. Ich kann es dir nicht versprechen. Aufgrund ihrer übermenschlichen Stärke konnten sich Song-Gohan und die anderen sehr schnell Startplätze im Turnier sichern. Na, das ist ja so klar. Gut, dass wir all diese Trainings gemacht haben und es durchgebracht haben, ey? Heh, nicht wie es da war, was da war. Hm? Oh Gott, das ist so creepy. Ja, es ist schade, dass sie die Szene nicht zeigen. Ich stehe auf Lautsprecher und meine Wände sind aus Papier. Okay. Jetzt geht's. Jetzt rufen wir, was unangebracht ist. Das kommt automatisch. So nahm das Kampfsportweltturnier seinen Lauf. Ach so, sehr lest das Buch. Ich bin da schön gewohnt, das vorzulesen. Ich habe generell die Turniere gefeiert. Ja, ich auch. Okay. 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 gold Rka. desenvolv sich selber Nov auxbec. Ich habe nicht mehr zu sagen. Also��st du sogar august. Du hast sogar größer als Grand. größter den Knie. Ich weiß nicht. Ich habe пар Their auto der quad eine Art Kie an College zuvor. Aber ich habe es andersсolt. hey piccolo something wrong don't tell me that guy's already talking trash you want me to have a word with him keep your mouth shut do not say anything you hear me huh meanwhile vadel was trading blows with the muscle-bound spopevich in the third match though vadel was a much more capable fighter she was quickly overpowered by spopevich's abnormal strength i can't quite put my finger on it but there's something seriously off about that guy like he's not using his own power that monster you gave it your best tap out just throw in the towel vadel i'm not giving up Echt schön. Easy, Gohan! Nein! Das ist genug, Spopovich. Du hast deine Spaß gemacht. Wir sind hier für etwas viel wichtiger als das. Hurry up und gewinnen das Spiel. Ja, okay. Bring out! Spopovich gewinnt das Spiel! Fidel! Spopovich! Guck. Du wirst nicht weg mit dem. Du hörst mich? Ich soll mich für einen Stretzer? Nein! Ich werde sie selbst tragen. Ja, aber Andet, die können nicht jede einzelne Szene hier reinbringen. Das würde sonst ein bisschen, glaube ich, zu eskalieren. Die bringen halt die wichtigsten Sachen. Ich werde sie für mich. Du hast es. Wenn ich mein nächstes Mal gewinnen, ich werde ihn gegen ihn in der Kampf nach dem. Das klang jetzt sehr falsch. Das klang jetzt sehr falsch. Okay. Mhm. Mhm. Aber es wäre besser für dich, dass du es einfach für einen Zeitpunkt hier wirst. Danke, Gohan. Ich muss gehen. Also, jeder ist wunderschön. Ich bin alles besser! Ich bin alles besser. Die Ankunft und meine Schreiber. Das Glück, da würde ich rein, Gohan. Bohan hat sich vorz Мне über den mysteriösen Kabido. In der vierten Spiel. Transforme in dieser Super Saiyan Form von deinem. Ich will sehen, wenn du wirklich hast, was es braucht, um zu helfen zu helfen. Huh? Wie wissen Sie über Super Saiyans? Und was bedeutet das, um zu helfen zu helfen? Du wirst schnell herausfinden. Erstens, ich will sehen die Macht eines Super Saiyans. Bist du wirst? Ich kann nicht nur einen Super Saiyan in front von allen. Hm, ich kann nicht hören, was sie sprechen. Er hat gesagt, Gohan zu transformieren in einen Super Saiyan. Gohan! Piccolo! Was ist Piccolo? Wisst ihr, was passiert? Ich bin nicht sicher, aber... Unsere Entschuldigung, aber Gohan wird uns helfen mit etwas für den Zeitpunkt. Ihr müsst euch alle sagen, dass ihr nicht involviert wird, egal was passiert. Ich glaube, dass ich dich betrachten kann. Was? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir denken, dass wir einfach machen, was du sagen? Wir sagen uns, wer du bist! Er ist... Er ist... Der Super Kai. Er regelt über alle Kai. Er ist ein Gott. Er ist ein Gott. Er ist ein Gott. Ja, das ist das. Wirellen uns nicht. Hmph. Was? Beyond the Super Saiyan? Diese Energie ist unglaublich. Das ist unser Mann. Er hat Transforsitz. Gohan hat Transforsitz. Du musst mich schulden. Wir nehmen diese Energie. Sicher, dass er nicht versucht, Spobowitsch zu retten. Genau! Da! Wer bist du? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Gehen! Noch nicht! Er wird gut. Kibito wird bald wiederholfen. Ich möchte diese beiden folgen und lernen, wo sie die Energie von Gohan nehmen. Wenn du mich möchtest, bist du mehr als willkommen zu tun. Ich könnte deine Hilfe benutzen. Also, was du tun, Goku? Naja, kaum bist du wieder hier auf der Erde, ne? Im Wiesseits, passiert irgendeinen Scheiß. Ja klar, das ist er schuld. Äh, Bunny, Ferris, danke schön für dein Follow. Sag mir, kann ich wirklich vertrauen mit Gohan? Er wird gut. Nachdem ich ihn enden, werde ich mit dir zusammenkommen. Ich bin sicher, dass er bald folgt. Verdammt! Dich! 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 Ich glaube, wir haben nicht viel von Chance ohne deine Hilfe. Viel von Chance? Sie sagen, gegen die beiden Leute? Nein, nicht die beiden. Sie sind nur Pawns. Bei der Beckenheilung eines gefährlichen Wieser. Ein Wieser לא? Ja. Ja, genau in der Zeit, die Mensch angefangen zu gehen, hier auf der Erde zu gehen. Ein Wälder von Bibbidi lebte in einem distanten Körner des Universums. Ein Tag, Bibbidi hat sich zu erschaffen, einen wunderschönen Wunderschönen. Das Wunderschönen war Buu, ein Maajin unentenbarer und furchtiger. In ein paar kurzen Jahre, hunderte von Planeten des Vibrates waren reduziert zu nichts, aber Ashes. Die Namen. Bibbidi, Bibbidi. Bibbidi, 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 Buu. Ja. Ja, ich bin ein Wunderschönen. Komm mit mir. Ich werde dir alles erzählen. Kann ich auch kommen? Komm mit mir. Du kannst mich, wenn Dinge gefährlich werden. Ja, sicher. Ich komme auf die Namen. Wuii. Wuii. Das ist mein Pokémon. Wuii. 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 Du musst, oder? Das ist zu schlecht. Aber ich denke, dass ich endlich etwas gelernt habe. Es war nicht mein Vater, der bei Sel. Es war ihr euch, oder? Nein. Ich wusste es. Ich dachte, dass etwas anders war, als ich mein Vater hat ihn verletzt. Das macht alles klar. Gut, Gohan! Pulveriziere diesen Wizard, Bobbidi, und schau den Welt! Genau. Nicht sterben auf mich, Gohan. Ich möchte mit dir gehen, wenn du zurück bist. Du bist fertig? Wir müssen nach dem Kai-Supreme. Genau. Entschuldigung über das. Das war ein Mirko. Ja, ich... ich bin dafür. Mein Namekirna hieß Ocarina, hattet mal, von was das abgeleitet war. Ich gehe jetzt, ne? Ist vielleicht besser. Ich will jetzt nicht mehr. Geh weg. Geh weg. Ich frage mich, was dieser Bobbidi-Guy ist. Ich frage mich, was dieser Bobbidi-Guy ist. Ich frage mich, was dieser Bobbidi-Guy ist eigentlich hinter euch. Okay. Okay. Let's go meet up with my dad and the others. Freeza weit überlegen. Lehre für die Zukunft. Neue Aufträge! Das ist unglaublich. Es gibt eine Menge Energie. Ja! Cool, ein neues Gebiet. So, erstmal die Nebenaufgabe. Hm. Wo ist Bobbidi? Da vorne, zusammen mit Zongoko und den anderen. Der Zauberer, äh, durch vorschnelles Handeln zu wahren, wäre unklug. Deshalb habe ich hier auf dich gewartet. Ihr müsst euch für den Jungen nicht zu sehr entszeuglen, mein Lord. Ist schon gut. Ich glaube, äh, fest an unsere neuen, äh, Freunde. Ich möchte ja nicht unhöflich erschönen, aber der Kaioshin steht in der Rangordnung ziemlich weit oben, oder? Extrem weit oben! Und ja, du bist unhöflich. Nur weil du kämpfen kannst, hast du noch lange nicht das Recht, dich vor dem Kaioshin wie ein Idiot aufzufühlen. Oh oh, ich wollte nicht unhöflich sein, ich war nur neugierig auf die Stärke des Kaioshin. Was ist alles? Kannst du es wagen? Kaioshin könnte jemanden mit Freezers Kraft im Nu vernichten, wenn er es wollte. Wirklich, Freezer? Was zweifelst du etwa an meinen Worten? Du wagst es am Urteil des Kaioshins zu zweifeln? Also ich bezweifle, dass dein, äh, äh, Trupp Freezer besiegt hat. Hä? Wenn du geholfen hast, ihn zu besiegen, dann beweise es im Kampf. Ausgezeichnet. Zonguans Kräfte interessieren mich auch. Warte mal, was? Wer ist Freezer, der Wurm? Klar doch, wo wollen wir kämpfen? Hier? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Unser Kodex gestattet nur im Ausnahmefälle den körperlichen Kampf gegen Sterbliche und außerdem wäre es schlecht, Babidies Aufmerksamkeit zu erregen. Kämpfen wir auf einer weniger materiellen Ebene. Unser geistigen Abbilder werden gegeneinander antreten. Hey, das habe ich schon mal gemacht. Aber, äh, als wir nach mir gereist sind, haben Krillin und ich uns mit genau dieser Technik die Zeit vertrieben. Ich werde ein geistiges Abbild von Freezer schaffen. Besiege es. Jawohl, sicher. Oh Gott, jetzt warum ausrechnet der Konos? Oh Gott, jetzt warum ausrechnet der Konos? Ach, scheiße. Ich habe jetzt die Attacke gemacht, die wollte ich nicht mehr. Komm, ich will ihn in den Orbit schicken. Ja, ja, sehr ruhig. Na toll. Was? Ach Junge. Verstanden. Hm. Schade, dass ich ihn nicht ausschlagen kann, das würde ein bisschen schneller vielleicht gehen. Fertig und Punch. Wow, das sieht aus wie ein Quali-Meat. Goldweizen. Erstmal Kunden, ne? Ich gucke hier gerade bei den Ruinen, ob hier vielleicht auch wieder irgendwas Lustiges steht, wie beim letzten Mal. Da haben wir auch was Lustiges gefunden. Mit König. Schatz? Ja, all right! Gohan sieht die Blondine und sagt, sieht's erstklassig aus. Goldweizen, das knirscht doch zwischen den Zähnen. Vielleicht mögen das Menschen. Wer weiß? Ja! 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 This looks like it's worth something. Ja! 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 Ich glaube, die Trubler. Nein, lass mich! Was könnte es endlich mit dem Brot backen? Was? Ja, ja! Ja, ja! 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 Ha! Ha! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!